hier hängt ein neues bild ein besonderes bild das darf ich sagen gemalt von deiner schwiegermama eluizos mama hat es gemalt sehr richtig gabriele fuchs es ist eine ausnahmekünstlerin wunderbar aus brasilien hat ihr atelier in schwabach in der bachgasse daneben der pizzeria es lohnt sich mal vorbeizuschauen und dieses wunderschöne bild zeigt eigentlich die perfekte geschichte für die woche nach ostern nämlich die emmaus geschichte das ist die szene wo den beiden jüngern gerade die augen aufgehen und sie erkennen wow das ist ja jesus der hier das brot gebrochen hat und der sie da begleitet die emmaus geschichte ist für mich eine der meiner lieblingsgeschichten in der bibel weil ich mich da in ganz vielen facetten wieder entdecke allein schon in den beiden die da sich auf den weg machen nach emmaus emmaus liegt so zehn zwölf kilometer von jerusalem entfernt also etwa so eine normale halbtageswanderung sage ich mal und die waren ja mit jesus unterwegs drei jahre haben seine worte gehört seine gleichnisse gehört seine wunder miterlebt auch die konflikte miterlebt die dramatik in jerusalem die kreuzigung und wahrscheinlich ging es denen so wie es vielen momentan auch manchmal geht sie mussten einfach raus sie mussten einfach weg und dann passiert etwas aus heutiger sicht völlig unerhörtes ein fremder wanderer kommt und gesellt sich zu den beiden dazu und läuft mit ihnen mit und fragt mensch worüber unterhaltet ihr euch eigentlich und dann kommt was das beobachte ich auch ganz oft an mir und auch an menschen mit denen ich zu tun habe eindruck braucht ausdruck es sprudelt nur so aus den beiden heraus was sie da erlebt haben und was das auch für fragen und für zweifel in denen ausgelöst hat wie wie sie jesus gesehen haben wir haben gedacht der wäre doch der der israel erlösen würde und dann wird er gekreuzigt wie kann das sein dass das geht doch gar nicht und die ganze hoffnung ist dahin und dann kommen auch noch frauen die erzählen das grab ist leer und der wir irgendwie auferstanden hat komplette verwirrung und dann machen die sich erst mal auf den weg eindruck braucht ausdruck und dann fängt dieser wanderer an wir wissen natürlich es ist jesus aber die beiden erkennen ihn nicht und er fängt an und erklärt ihnen diese ganze geschichte warum das so sein musste warum das eigentlich genau der weg von jesus war und der weg gottes mit jesus war wie es passiert ist und er macht es indem er ihnen das alte testament auslegt auch ein ganz spannender teil in dieser geschichte der weg zum verständnis von jesus führt durchs alte testament das ist ja der teil der bibel mit dem wir uns manchmal schwer tun ja so alle geschichten und so viel unverständlich ist und kompliziert und so na aber die geschichte zeigt immer da wo die kirche oder andere versucht haben das alte testament loszuwerden ist was gehörig schief gelaufen und ich glaube es ist gut dass wir das alte testament haben und diese geschichte zeigt dass wir jesus vom alten testament her eigentlich am besten verstehen können und sowas auch für die beiden und dann laufen sie und hören ihm zu und später am ende dieses abends werden die beiden über diese wegstrecke sagen brannte nicht unser herz in uns als er mit uns geredet hat das war also eine ganz wichtige eine prägende wegstrecke die sie mit diesem mann das heißt ja sie haben gelaufen sind vielleicht nicht begriffen was genau passiert aber in der retrospektive haben sie voll erkannt da war was ganz anderes in unserem leben genau es gibt ja dieses zitat was nicht kriege gar oder so das leben wird vorwärts gelebt aber rückwärts verstanden und genauso ging es den beiden auch am abend wird ihnen plötzlich klar in dem moment als sie ihn erkennen warum weißt du noch wie wir da gelaufen sind wie unser herz gebrannt hat in uns dann rennen sie zurück nach Jerusalem erzählen sie den anderen und so geht die geschichte dann zu ende aber der punkt ist für mich sie haben einen menschen getroffen der hat ihnen was ganz wichtiges und wertvolles für ihr leben mitgegeben der hat ein stück weg geprägt und ich glaube es geht uns in unserem leben auch ganz oft so es gibt menschen die gehen nur ein teil unseres lebensweges mit uns mit sind weggefährten auf unserem lebensweg aber hinterlassen wichtige und tiefe spuren und prägen etwas und ich glaube auch es geht uns manchmal wie den jüngern dass in diesen menschen tatsächlich auch jesus am werk ist wir erkennen es bloß nicht oder frühestens irgendwann später wenn wir zurückschauen dann wird uns plötzlich klar was ist damals eigentlich passiert und dann spüren wir das ja da war doch was in meinem herz da hat sich was bewegt in meinem leben und das habe ich damals vielleicht gar nicht so wahrgenommen aber im rückblick und vielleicht ist diese corona zeit jetzt auch eine chance einfach mal wieder an solche menschen zu denken die uns auf einem stück weg geprägt haben begleitet haben die eine wichtige rolle gespielt haben oder immer noch spielen mal wieder an solche menschen zu denken und ihnen vielleicht einen gruß zu senden mal wieder anrufen oder eine karte schicken einen brief schicken sich mal wieder melden nachfragen wie geht es dir eigentlich vielleicht waren das auch menschen wo jesus am werk war ja okay ja ja Untertitelung des ZDF, 2020